Los, bitte rein. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Es ist nicht mehr weit. Geht's dir gut? Ich bin ganz schön fertig. Aber es geht schon. Wir sind jetzt auch gleich da. Ach, Dotton. Die Sternschulde sind jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Ach, Dotton. Die Sternschulde sind jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Joel, hilf mir mal eben. Wo, wo, wo. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger verhängen. Ja, auf damit. Musst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleib ich. Ellie. Das ist unsere einzige Chance. Ellie. Wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch im Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du's grad sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen hab. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaub, dass ich kann nicht bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe. Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu. Bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß wahre, Joel. Mal. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du? Komm her. Gehen wir. Gehen wir. Oh, ich hab Schüsse gehört, aber... Was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nun. Gehen Sie in die schlichtige Gefahr. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten. So kurz an. Hier runter. Los, Maffin. Ja, doch. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Daskt commit den Verdights zu ver suiselyn internship. Ich werde das malonestet. іstische Belästren. Okay, ich werde das. Wow. Das ist das. Das ist gerade schon wiederum. Das ist so. Das ist dein Willfeld. Und hier ist der Barsche. Ich werde das. üIG tie hope damit. Der Tunnel schmuggelt ihr Sachen nur durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? Zwölf? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh. Und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann's nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey. Hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich hab die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Ist sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Und wir nehmen die Zeug. Und wir nehmen die Zeug. Von der Zeug. Wir nehmen die Zeug. Ich habe die Zeug. Vielen Dank.